Hallo, Michael Leitkip hier. Das ist jetzt die Fortsetzung von der Stufe 1 und zwar wollen wir jetzt dieses Programm erweitern und zwar so, dass wir auf einem eigenen Tabellenblatt diesen Button ausführen können und er mir das richtige Tabellenblatt durchsucht mit Hilfe der Postleitzahl. Was wird sich ändern im Code? Tatsächlich ist es nur eine Kleinigkeit, die sich ändert und zwar es kommt zu dem vorherigen Code das hier dazu. Das heißt, er weiß jetzt, das Programm weiß jetzt, dass ich meine Suche in diesem Tabellenblatt ausführen will, weil ich nämlich die Zelle in diesem Tabellenblatt suche. Ohne diesen Sheets Spielplatzdaten, weil er mein Tabellenblatt so heißt, ohne diesen Befehl zusätzlich könnte ich nicht sagen, wenn ich jetzt hier einen Button mache auf einem anderen Tabellenblatt, dass er mir hier suchen soll. Er würde mir, wenn ich das nicht machen würde, im aktuellen Tabellenblatt in dieser Zelle suchen, was natürlich sinnlos ist, weil hier keine Daten vorhanden sind. Das heißt, dieser Zusatz sagt, suche nicht einfach in der Zelle I2, sondern suche in diesem Tabellenblatt hier nach dieser Zelle. Ich werde das jetzt dann gleich durchführen und zwar habe ich hier, muss ich mal kurz auf die Seite geben, hier diese Spielplatzdaten, meine ursprüngliche Daten. Hier kann ich diesen Button wegnehmen und wechsle jetzt auf das Tabellenblatt Suche. Und wenn ich hier für den User sehr freundlich das schon so groß gestalte, dann werde ich natürlich den Button hier anfügen und zwar direkt darunter am besten. Ich verweise wieder auf das selbe Sub und ich werde wieder einen sinnvollen Namen vergeben, also wieder PLZ Suche. Und wenn jetzt der User hier dieses Tabellenblatt öffnet, sieht er, aha, hier kann ich nach PLZ Suchen. Ich drücke drauf, suche zum Beispiel 2020. Wenn ich jetzt mit OK bestätige, weiß Excel, dass ich diese Zellen jetzt in diesem Tabellenblatt Spielplatzdaten durchsuchen möchte und gibt mir dann in weiterer Folge die richtigen Daten aus. Und mit dieser Erweiterung ist die Stufe 2 beendet und in den nächsten Stufen werden wir uns darum kümmern, die Messagebox zu entfernen und das Ergebnis und später die Ergebnisse hier in diesem Tabellenblatt auszugeben, damit man nicht nur zum Beispiel eine Anzahl sieht oder nur eine Postletzahl, sondern dass man sämtliche Daten, die zu dieser Postletzahl, also zu diesem Spielplatz dann in weiterer Folge dazugehören, ebenfalls schön aufgelistet sieht. Dazu aber dann im nächsten Video mehr.